Es ist Zeit, Ihnen die Wahrheit über Leanne Grayson zu sagen. Als sie in dieses Haus kam, war das ein Akt der Liebe. Doch diese Liebe war selbstsüchtig. Sie brachte Tod und Zerstörung über uns. In diesem Haus ist niemand sicher. Es ist Leanne. Wenn sie zufrieden ist, ist alles gut. Wenn sie wütend ist, passieren schlimme Dinge. Ich bin nicht mehr die, die ich mal war. Sie macht mir Angst. Ich bin jetzt mehr. Ich tue Menschen weh, wenn ich wütend werde. Das Unheimliche ist, allmählich gefällt mir dieses Gefühl. Sie oder wir. Wenn sie gewinnt, fällt die ganze Stadt und das ist erst der Anfang. Und da dachte ich, Abscheulicher und Verdorbener kann es gar nicht werden. Wollen Sie ein Geheimnis hören, Dorothy? Tschö- Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Untertitelung des ZDF, 2020